Werkunterricht zeigen kann. Und ich werde jetzt nur kurz zu meiner Person, für jene, die mich nicht kennen. Ich arbeite in der Volksschule Alxingergasse, Institut Neulandschulen, als textile Werklehrerin und habe es mir sozusagen als Aufgabe gemacht, den Werkunterricht zu entstauben und in den modernen Technologien anzupassen. Und da möchte ich eben heute einen kleinen Einblick bieten. Ich werde jetzt mal versuchen, den Bildschirm freizugeben. Okay, gut. Ich hoffe, jetzt sieht man es. Ja, funktioniert wunderbar. Sehr gut, sehr gut. Okay, also wie schon der Titel sagt, also technologiegestütztes Lernen im innovativen Klassenzimmer. Den Titel habe ich deswegen gewählt, weil eben die Stickmaschine zum Einsatz kommt. Die steht so im Zentrum. Ich verwende aber auch Plotter und manchmal auch den 3D-Drucker. Und ich versuche eben, althergebrachtes Werken mit digitaler Grundbildung zu verbinden. Und ja, das möchte ich eben jetzt kurz zeigen. Und zwar hier sieht man mal also die Stickmaschinen, die wir verwenden. Also wir haben eine kleine und eine größere, wobei die kleinere Maschine, möchte ich dazu sagen, für kleinere Kinder besser geeignet ist, weil sie einfach übersichtlicher ist und einfacher Hand zu haben. Die große ist eigentlich auch für Lehrerfortbildungen gedacht und soll eben den Kindern nur demonstrieren, wie man eben in der Industrie, also im textilen Bereich, wirklich Kleidungsstücke eben verziert. Da sieht man eben Kinder von der ersten bis zur vierten Klasse. Und warum überhaupt eine Stickmaschine, beziehungsweise warum überhaupt digitales Lernen in den Werkunterricht mit hineinnehmen? Ja, das hat eine ganz einfache Erklärung. Ich finde, dass nämlich der Werkunterricht ein optimales Bewegungsfeld ist, um ganz, ganz viele Sachen unterzubringen. Also da geht das kompetenzorientierte Lernen hinein. Man muss Mathematik beherrschen, man muss Lesen beherrschen, man muss schreiben können, man muss auch soziale Kompetenz entwickeln, also gemeinsam etwas schaffen. Und was ich auch besonders wichtig finde, ist, Kinder sind seit überhaupt diese Generation, mit denen wir jetzt arbeiten, sind ja von Baby an mit Handys und Computern konfrontiert, aber haben eigentlich nie die Möglichkeit zu erkennen, was man eigentlich Produktives damit schaffen kann. Meistens kommen Kinder damit über Social Media oder über Spiele in Kontakt. Und ich möchte Ihnen halt im Werkunterricht vermitteln, dass eben genau diese Geräte, die Sie vielleicht zu Hause auch verwenden, also jetzt nicht unbedingt die Stickmaschine, aber den Computer und eben auch ein anderes technologiegesteuertes Gerät, dass man das eben produktiv einsetzen kann, dass ich damit etwas schaffen kann, etwas, was ich wirklich benutzen kann. Und die Kinder sind wirklich begeistert, weil sie da ihre Kreativität, ihre Neugierde und vor allem ihren Spaß ausleben können. Also man sieht hier zum Beispiel links eine Klasse, die waren mit Begeisterung dabei, mit einer anderen Schulklasse über Zoom dieses Programm Turtle Stitch, auf was ich dann später eingehe, gemeinsam einmal auszuprobieren und auch mit den dortigen Schülerinnen und Schülern und auch mit den Pädagoginnen und Pädagogen gemeinsam etwas zu erarbeiten. Also da ist zum Beispiel auch, Herrinnen, diese globale Vernetzung, die möglich ist, also was wirklich total viel bringt. Auch zum Beispiel die Verbindung zwischen Grundschule und Sekundarstufe kann man da schon eine Brücke bilden. Ja, also die Kleineren, die bekommen dann einfach dann die erste Möglichkeit überhaupt mit einem kleinen Computer, der in der Maschine integriert ist, einmal umzugehen. Wie schalte ich es ein? Wie kann ich eine Schrift eintippen? Also man verliert die Angst, es wird die Neugierde geweckt und erst dann in der vierten Klasse, also zumindest ich mache es in der vierten, wird dann wirklich mit Turtle Stitch etwas Eigenes programmiert und etwas Eigenes geschaffen, wo sozusagen schon etwas wirklich ganz Tolles gemacht wird. Um diese Art und Weise des Werkens überhaupt durchführen zu können, braucht man auch ein Umdenken im Gestalten des Werkraums. Also der Werkraum soll nicht nur jetzt fürs Handarbeiten da sein, so wie das früher war, sondern er muss einfach ein Platz werden, den man ständig neu flexibel gestalten kann. Also die Kinder müssen Platz haben, um etwas zum Beispiel wie hier zu färben, zu marmorieren oder um auch textiles und technisches Werken zu verbinden. Also man kann hier auch aus Holz wie hier ein Auto schaffen und dann mit einer Solarzelle verbinden. Man kann sich selbst eine Strickmaschine bauen und dann einen Pullover stricken oder man geht direkt zur Nähmaschine über. Also ideal wäre es, viel Raum zu haben. Ich weiß, das ist nicht immer so einfach überall, aber doch vielleicht auch vielleicht unnötiges Mobiliar hinausschieben und dafür flexible Tische einzubringen, die man dann auch verschieben kann oder zusammenschieben kann, dass man Gruppen bilden kann und dann eben so Inseln bilden. Also wie hier zum Beispiel, das sind die Nähmaschinen, das sind die Stickmaschinen, da ist das Board. Hier können die Kinder kreativ arbeiten. Dann gibt es auch hier, das kann man alles verschieben, kann man hier auch eine kreative Ecke nutzen, indem man Bücher sich anschaut, wo man sich Ideen einfach nur holt. Also ich glaube, dass es sehr wichtig ist, den Kindern einen Raum zu schaffen, wo sie unterschiedliche Bedürfnisse gut abdecken können. Also wo sie sich zurückziehen können, wo sie lesen können, wo sie etwas entwickeln können und wo sie dann auch arbeiten können. Was ich auch sehr gerne mache, ist einen fächerübergreifenden Unterricht. Ich hole mir die Ideen nicht nur aus den herkömmlichen Werkmaterialien, sondern ich gehe einfach zum Beispiel wie hier auch in die Biologie hinein. Und ich finde, dass hier gerade in der Volksschule schon das vorwissenschaftliche Arbeiten beginnt. Also wie gehe ich an eine Sache heran? Ich möchte, ich bin neugierig, ich möchte was entdecken, ich möchte es beobachten, ich möchte damit experimentieren, dann notiere ich das Ganze und schließlich präsentiere ich es. Also eigentlich wirklich schon vorwissenschaftliches Arbeiten. Und hier haben die Kinder eben sich eben mit Blättern auseinandergesetzt. Also wir haben hier zuerst einmal das Stoffstück fest mit Farbe angestrichen und dann haben wir Blätter gesucht im Garten und haben die auf diese Stoffstücke platziert und durch die Sonne ist dann ein sogenannter Sonnendruck entstanden. Also wenn man die Blätter nach einer gewissen Zeit wegnimmt, entsteht ein negatives Abbild von diesem Blatt und man kann es deutlich erkennen. Und in den weiteren Stunden haben wir das dann eben mit Hilfe von Büchern haben wir das dann analysiert. Was sind denn das überhaupt für Blätter? Dann haben wir eine kleine Mappe angefertigt, wo wir das draufgeschrieben haben. Und zum Schluss haben wir dann noch aus diesem Stoffstück einen kleinen Tischläufer gemacht. Also das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, sich mit Biologie auseinanderzusetzen. Es geht ganz super mit den Kindern in ein Gefälls. Es ist abwechslungsreich. Und am Schluss durften sie dann noch mit der Stickmaschine eben ihren Namen oder ein kleines Motiv hineinsticken. Meistens ist es bei den Kindern so, dass sie unbedingt ihren Namen oder den Namen von der Mama oder vom Papa hineinschreiben wollen. Und das ist dann sozusagen die Belohnung für die ganze Arbeit, die sie vorher geleistet haben, dass sie jetzt noch das Werkstück noch zusätzlich verschönern können. Und noch dazu lernen sie eben ganz spielerisch mit einem Computer umzugehen. Wie muss ich vorgehen? Was muss ich eingeben? Ich muss Geduld haben. Das lernen die Kinder auch immer. Es geht nicht gleich alles sofort. Und das Ergebnis, das belohnt sie dann schon. Hier haben die Kinder zum Beispiel Häkeln gelernt. Da haben wir zuerst Luftmaschenketten gemacht, dann haben wir eine lange Kette daraus gehäkelt und dann haben sie das eben auch auf ein Stoffstück genäht und zum Schluss eben wieder mit einem Namen verziert. Das sind übrigens beides zweite Klassen gewesen. Ich habe das aber auch schon, das wird man dann später sehen, auch schon mit einer ersten Mal gemacht. Hier kommt es eben darauf an, dass die Kinder die ersten Berührungen eben mit der Stickmaschine erleben dürfen. Und vorher, bevor man das mit der Stickmaschine Ihnen zeigt und macht, ist es natürlich auch wichtig, Ihnen einmal einen Einblick zu geben, was ist überhaupt sticken. Also das darf man nicht vergessen. Für mich ist schon auch immer wichtig, das herkömmliche Werken. Also dieses Althergebrachte, wirklich mit der Nadel und mit dem Faden sticken. Nämlich warum muss ich das wissen, weil später, wenn ich dann programmieren möchte mit der Maschine, muss ich ja wissen, wie schaut welcher Stich aus und wo kann ich den einsetzen. Und ich mache das eben mit so Folien, also Karteikarten, die ich foliert habe, wo man eben die Stiche kennenlernt. Oder eben, das ist so ähnlich wie ein Bandolino, da kann man dann eben auch, also das ist wie ein Spiel, da lernt man dann auch, aha, welcher Stich schaut wie aus. Und dann kann man das eben je nach Altersstufe der Kinder dann umsetzen in ein kleines Werkstück. Also wie man hier sieht, kann das das Thema Ostern sein oder vielleicht Weihnachten oder macht man Lavendelsäckchen. Also wirklich nichts sehr Großes. Besser ist es, es ist kleiner, damit die Kinder auch Spaß haben und nicht so schnell die Lust daran verlieren. Aber das habe ich eigentlich noch nie erlebt. Also bis jetzt hat es ihnen alles sehr gut gefallen. Ja, das ist so die Grundtheorie für die Stickmaschine. Und ja, wenn Sie das dann so quasi einmal ausprobiert haben, wirklich mit der Hand, dann kann man zum Beispiel das auch kombinieren. Also dann kann man sagen, so wie hier, das war eben jetzt eine erste Klasse. Wir haben einen ganz einfachen Kartoffeldruck gemacht für Weihnachten und haben dann eben, nachdem dieser Stoff getrocknet war, hier einen Stern hineingestickt mit der Maschine. Und dann haben wir das eingerahmt und dann haben wir ein hübsches kleines Bild gehabt für die Eltern. Nun ja, die Kinder haben hier, ich verwende auch immer Kunst in meinem Werkunterricht, weil eigentlich bin ich studierte Kunsthistorikerin und deswegen ist es mir sehr wichtig, da auch immer dieses Thema mit hereinzubringen. Und da haben wir uns das Igual genauer angesehen und die Kinder haben eben wiederum zuerst ein Stickmotiv programmiert, ein einfaches. Und dann haben sie mit Moosgummi das verziert und dann haben wir eine kleine Tasche daraus genäht. Kam sehr gut an und die Kinder haben auch gleich wieder etwas, was sie stolz zeigen können. Mit den älteren Kindern ab der dritten Klasse und da kann man natürlich dann auch schon in die Sekundarstufe dann weiter aufbauen. Da mache ich es dann schon schwieriger. Also hier, das ist ein Projekt gewesen, das ist ein Roboterprojekt. Das heißt, wir haben technisches Werk und textiles Werk kombiniert und auch Tinkering eingebaut. Zuerst mussten die Kinder eben ein Auto konstruieren für eine Solarzelle mit einem kleinen Motor. Und nachdem das fertiggestellt war, das Auto, haben sie dann einen Aufsatz konstruiert mit Holz und mit Styropor. Und das Ganze wurde dann noch, also jetzt kommt das Textile hinein, haben sie dann einen Pullover gestrickt mit einer kleinen Strickmaschine, die sie vorher auch aus Holz gebaut haben. Und dann zum Schluss wurde das dann mit einer LED-Lampe verschönert. Haben sie auch noch kurz vorher eine Applikation drauf. Und da mussten sie dann einen kleinen Stromkreis eben konstruieren und einbauen, sodass diese LED-Lampe mit einer Batterie dann auch wirklich funktioniert. Und das Ganze hat so, nein nicht, hat so zwei Monate gedauert, ja. Aber die Kinder waren mit Begeisterung dabei. Also man sieht schon, man kann auch Tinkering einbauen und jetzt mache ich mit einer Klasse dasselbe. Nur stricken wir dann nicht den Pullover, sondern wir nähen ihn und wir wollen dann auch noch etwas mit der Stickmaschine draufsticken. Mir ist auch wichtig, dass die Kinder eben Technologie auch für Wissenserfahrung ausprobieren. Also zum Beispiel Tablets oder Laptops wirklich ein Themengebiet ihnen vorlegen. Und ich mache das immer so, dass es verschiedene Gruppen sind. Meistens sind es vier Gruppen. Und jeder Tisch erarbeitet dann ein bestimmtes Thema. Hier war das zum Beispiel verschiedene Energiequellen. Also mir ist auch wichtig, Kindern Nachhaltigkeit, Recycling, Upcycling, all das näher zu bringen im Werken. Und sie haben dann eben das sich selbstständig erarbeitet, aufgeschrieben auf einem Blatt Papier. Also in dem Fall war es ein A3-Papier und da haben sie ein kleines Plakat gestaltet. Und das haben sie dann der ganzen Klasse präsentiert. Auch wieder mit dem interaktiven Board, wo sie dann kleine Filmchen hergezeigt haben. Also das ist so der Beginn, um da einzusteigen, wie man dann später eben die anderen Geräte verwenden kann. Also ich schaffe schon immer eine Grundlage. Und da könnte man jetzt eben zum Beispiel auch aufbauen. Das kann man ja altersmäßig erweitern. Für kleinere ist es wahrscheinlich besser, kleinere Themen zu verwenden, einfachere. Und je älter sie werden, umso komplexer können diese Themen dann werden. Ja, in der dritten Klasse fehlt dann nicht der Nähmaschinenführerschein. Den habe ich für Sie entworfen. Und Sie lernen dann einfach die Theorie, wie funktioniert eine Nähmaschine, wie kann ich sie einsetzen. Und dann dürfen Sie selber damit Werkstücke machen. Also hier zum Beispiel hat ein Bursch ein Bettzeug und ein Bettchen gebaut. Das war aber schon eine Zusatzarbeit, nachdem man mit dem anderen fertig war. Also ich schaue auch immer, dass die Kinder Möglichkeiten haben, wenn sie fertig sind, dass sie dann andere Sachen selbst kreieren können und auch noch umsetzen können. Ja, in der dritten und vierten Schulstufe mache ich das dann so, dass ich dann eben größere Themen reingebe, wie zum Beispiel die Wiener Werkstätte oder die Kunst, die Frau in der Kunst. Also wo kommt Stickerei vor? Das heißt, da erarbeiten die Kinder wieder einmal, also das Thema zuerst, schauen sich alles genau an und ihr Auftrag ist dann mit Hilfe der Stickmaschine bzw. mit Dörtelstisch, auf das ich das gleich komme, das dann umzusetzen und selber ein Werk zu schaffen, was diesen ähnelt, was Sie da in der Vorlage gesehen haben. Also hier zum Beispiel war eben, wie gesagt, die Wiener Werkstätte und da haben die Kinder eben zuerst einen mit Linol-Schnitt, einen Druck gemacht und dann haben sie mit Dörtelstisch ein Motiv konstruiert, also programmiert und das wurde dann zusätzlich auf den Stoff gestickt und dann haben sie eine Nackenrolle daraus gemacht. Genau, hier sieht man das dann zum Beispiel. Es gibt natürlich auch fertige Motive in der Maschine, nur davon rate ich ab, erstens einmal ist das nicht so zielführend, die Kinder sollen ja lernen, selber etwas zu entwerfen, aber natürlich, manchmal möchte man es ausprobieren, nur wie hier zum Beispiel dieses Motiv, das ist auch für eine Schulstunde nicht geeignet, das dauert bis zu eineinhalb Stunden, also das zu sticken ist schon sehr aufwendig und für eine Klassenstärke gar nicht geeignet. Besser ist dann, man appliziert vielleicht, man kann ja auch applizieren mit der Maschine, das ist ganz praktisch, aber was mir sehr am Herzen liegt, was mir gut gefällt ist, wenn die Kinder eben alles selber machen, wie zum Beispiel hier. Wirklich den Stoff selber gestalten mit Marmorierung und dann eben mit dem Turtle Stitch, ach so, nein, das sieht man jetzt noch nicht, kommt ein bisschen später, hier haben sie noch eben ihren Namen drauf gestickt auf den Stoff und dann haben wir so ein kleines Täschchen bzw. einen Polster gestickt, je nachdem für wen das sein soll, für sich selbst oder für die Mama und den Papa. Also man hat da verschiedene Möglichkeiten, das lasse ich aber auch meistens den Kindern offen, was sie da machen möchte, es gibt immer verschiedene Möglichkeiten. So, da bin ich jetzt endlich bei Turtle Stitch, gestern haben wir auch schon einen Beitrag von Frau Andrea Mayer-Stalder, wo man eben gesehen hat, wie viele Menschen auf der Welt sich schon mit diesem Programm auseinandergesetzt haben und wie viele tolle Sachen damit entstanden sind. Es ist eine einfache Blockprogrammiersprache, die auf Snap aufgebaut ist oder ist auch zu vergleichen mit Scratch und die Kinder sind oft schon mit diesen Programmiersprachen vertraut und daher ist das für sie eigentlich nur mehr eine Spielerei. Also Erwachsene tun sich da weiter schwerer als wir die Kinder, weil sie eben damit aufwachsen und ich habe eben wirklich die Beobachtung gemacht, dass bereits nach zwei Stunden, ja, zack, geht das da hin und sie programmieren ganz ohne Probleme selbst. Also wie beginne ich? Also zuerst zeige ich einmal, da gehe ich jetzt nicht ganz genau ein, ich zeige nur ganz gut, wie das ist. Man hat hier verschiedene, ich sage immer Schubladen dazu, damit das die Kinder leichter verstehen und je nachdem, wo ich drauf drücke, Steuerung, Bewegung, Fühlen, Operatoren, Stift, Stickerei, kann ich eben verschiedene Bauteile auf einen Bildschirm rüberziehen und dann kann ich eine kleine Schildkröte bewegen. Die zeigt mir die Stiche an. Also darum Turtle Stitch. Und dann zeige ich ganz etwas Einfaches vor, also wie sie das anordnen müssen und dann zum Beispiel wie hier, welche Stichart sie verwenden können. Also hier hat man einen Stern mit einem Laufstich, mit einem einfachen. Dass dieselbe Programmierung mit einem Kreuzstich sieht dann aus wie eine Schneeflocke. Und so etwas ganz Einfaches zeige ich Ihnen einmal vor und erkläre Ihnen eben dazu, wie Sie was genau machen müssen. Es kann ja nichts passieren. Also ich sage auch immer, ja, wenn etwas falsch ist, dann schiebst du es einfach wieder zurück. Du kannst das auch wieder löschen. Du kannst da wirklich ganz frei damit arbeiten. Und wenn Sie das dann eben, wenn Sie das verstanden haben, und wenn Sie dann miteinander, und da kommt eben diese soziale Kompetenz wieder mit herein, wenn Sie dann miteinander eben das aufbauen und eben konstruieren, dann sieht man dann schon solche schönen Arbeiten. Und die werden dann in eine DSD-Datei umgewandelt und dann können wir es auf einen USB-Stick speichern. Und diesen USB-Stick kann ich dann an die Stickmaschine anstecken und dieses Motiv, was hier eben konstruiert wurde, kann ich dann direkt mit der Stickmaschine auf das Werkstück der Kinder aufsticken lassen. Also hier sind noch ein paar Beispiele. Das ist alles eine vierte Klasse. Man kann mit Turtle Stitch auch verschiedene Farben eingeben, sodass die Maschine genau weiß, welche, wann sie stoppen muss, wann der Faden gewechselt werden muss, damit man eben dieses schöne Motiv auch in diesen Farben dann sieht. Und wie gesagt, wenn man das dann hat, dann steckt man das hier auf der Seite bei dem Minicomputer der Stickmaschine an und man kann sie dann sticken, die Sachen. Die Kinder sind fasziniert von der Bewegung, von dem Vorgang. Sie können nie genug auch zuschauen. Also es ist schon eine sehr spannende Sache. Vor allem zu sehen, wie ein Werk, was man am Computer kreiert hat, dann plötzlich wirklich greifbar wird auf einem Stoffstück. Ja, also hier sieht man nochmal die Freude. Wir haben diesen Winter, hat die eine Klasse eben einen Adventkalender für die Klasse machen wollen. Und jeder Schüler, jede Schülerin haben einen Stern konstruiert und der wurde dann eben auf so Stoff drauf gestickt. Dann wurde das zu einer Tasche genäht und schließlich war dann der Adventkalender fertig. Und sie haben sich darüber sehr gefreut und auch die Frau Lehrerin. Ja, dann gibt es noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel auch für ältere Kinder. Man kann zum Beispiel sagen, okay, aus den Kunstwerken nehme ich Motive wie hier abstrakte Kunst, eignet sich besonders gut dafür. Man kann Vorlagen geben und dann sagen, gut, versuche ich jetzt mit Turtle Stitch auch so etwas zu konstruieren. Dann entstehen solche Dinge. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Man kann das Ganze dann auch noch mit einem Plotter verbinden. Man kann Turtle Stitch ja auch am Plotter anwenden. Und man könnte dann zum Beispiel auch ein dreidimensionales Bild machen und das dann direkt mit einer Heizpresse auf den Stoff aufdrucken und in Kombination mit der Stickmaschine eben das machen. Genau. Ja, man kann auch für die Schule, wie hier zum Beispiel Dankeschön-Geschenchen oder für die Klasse ein T-Shirt zum Beispiel besticken oder Kappen oder Taschen. Also man hat sehr, sehr viele Möglichkeiten, die Stickmaschine auch in den Schulalltag mit einzubringen. Ja, warum habe ich das jetzt überhaupt erzählt? Weil ich finde, dass der Werkunterricht eben, wie es am Anfang schon gesagt, eine super Bühne ist, um eben Technologien, neue Technologien einzubringen in die Schule. Da sehen die Kinder etwas, sie können selber etwas schaffen. Aber mir ist es auch wichtig, eben zu zeigen, wie die Wichtigkeit vom Werkunterricht. Also ich möchte eigentlich haben, dass das Stundenkontingent nicht reduziert wird, wie vielleicht öfter schon angedacht, sondern dass man vielleicht das sogar erweitert und mehr kombiniert mit anderen Schulfächern, weil man ja eben hier wirklich praktisch arbeiten kann. Und ich denke mir, Learning by Doing ist die beste Methode, dass Kinder etwas wirklich für ihr Leben weiternehmen. Man kann auch Mädchen sehr gut abholen, gerade in der Volksschule, damit sie sich für technische Berufe interessieren. Und ich finde auch, dass man diese Art des Werkens auch viel mehr bei der Ausbildung und Fortbildung bei den Pädagoginnen einführen soll, weil wir eben unseren Schulunterricht an die moderne Zeit anpassen müssen. Und ja, mir macht es enormen Spaß, viele zu gewinnen. Und ich hoffe, dass ich eine Menge Pädagoginnen ermutigen kann, sich über dieses Gebiet zu trauen und einfach mit den Kindern auszuprobieren, voneinander zu lernen und dann eben dadurch den Schulunterricht aufzuwerten. Gut, somit bin ich eigentlich am Ende meiner Präsentation und ich hoffe, es kam herüber, was ich mitteilen wollte. Und ja, für Fragen stehe ich natürlich auch gerne bereit. Herzlichen Dank. Da muss ich gleich einmal höchstes Lob aussprechen. Ich bin selbst leidenschaftlicher Hobby-Handwerker, deswegen verstehe ich den Hintergrund ein bisschen und Respekt vor Ihren Ideen und Herangehensweisen. Ich bin begeistert. Es ist nicht so schwer, man muss sich nur trauen. Am Anfang war ich auch ein bisschen kritisch, aber man wächst zusammen. Also die Kinder und ich, ja, also wir arbeiten immer im Team. Es ist immer ein Geben und Nehmen, weil die Kinder haben ein irrsinnig großes Vorwissen, was Technologie schon angeht. Das wird oft unterschätzt. Und das kann man hier eben zum Vorschein bringen. Ja, für die Astrid und den Gregor-Fragen. Die Astrid. Ich versuche kurz, die Stummschaltung aufzuheben. Ihr könnt das Mikrofon einschalten, müsste funktionieren und eure Fragen stellen. Braucht es nicht im Chat, das Ganze abzuwickeln. Ich habe gesehen, dass welche Maschinen werden verwendet und wie viel kosten sie, wenn das richtig ist. Ich habe gesehen, dass die Stummschaltung aufzuheben.